Hallo ihr schönen Menschen, herzlich willkommen auf dem Kanal PSBlick, herzlich willkommen zum letzten Video mit dem Alpina B3. Warum zum letzten? Warum behalte ich dieses tolle Auto nicht? Dieses seltene Auto mit dem Flair des Besonderen, mit diesem tollen, klangstarken, drehfreudigen 3,3 Liter Reihen 6 Zylinder, der mit seiner Charakteristik, mit seiner Drehfreude, mit seinem Sound immer wieder für Gänsehaut sorgt. Warum behalte ich dieses Auto nicht? Warum habe ich mein Kapitel mit dem Alpina B3 geschrieben? Das ist eine Frage, auf die es keine eindeutige Antwort gibt und das ist eine ganz, ganz, ganz individuelle Abwägung in meinem Autofahrerherzen gewesen. Denn ich habe ja das große Glück und ich schätze mich tatsächlich auch sehr privilegiert und sehr glücklich, dass ich in meinem Fuhrpark nebeneinander fahren durfte, eben den Alpina B3, dann meinen sehr geliebten BMW 328i und meinen ebenfalls sehr geliebten BMW 440i. Und wer von euch jetzt treuer Zuschauer des Kanals PSBlick ist und die letzten Videos verfolgt hat und weiß, dass ich ausführliche Vergleiche durchgeführt habe zwischen den nominell fast gleich starken Alpina B3 und BMW 45i, Fahrvergleiche, Beschleunigungsvergleiche, Verbrauchsvergleiche, subjektive Vergleiche, Komfortvergleiche, also mit Herz und Hirn, mit Verstand und Popometer, der wird mitbekommen haben, dass in all diesen Vergleichen für mich als kleiner Punkt mit rauskam, dass mein 540i eigentlich alles einen Ticken besser kann. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, dass von vornherein beim Fahren meines Alpina B3 zwar jedes Mal der Genuss sehr groß war und die Faszination sehr groß, ich aber auf eine ganz komische, kaum zu formulierende Art und Weise mit diesem Auto nie so verwachsen und eins geworden bin, wie zum Beispiel mit meinem 328i. Und da sind wir wieder bei meiner ganz, ganz, ganz persönlich individuellen Landkarte. Die Art, wie ich ein Auto lieben lerne, hat etwas damit zu tun, wie ich unterbewusst mit dem Auto kommuniziere und wie es mit mir kommuniziert. Und wenn ich fahre und jederzeit das Vertrauen habe, mein Auto in die Kurve schmeißen zu können oder hier Gas geben zu können oder zu jeder Tag- und Nachtzeit mein Auto starten und damit bis ans andere Ende der Welt fahren zu können, dann ist es so ein bisschen wie eine Erweiterung meines Wohnzimmers. Ein Ort, an dem ich mich jederzeit zu Hause fühlen kann, an dem ich mich jederzeit geborgen und vertraut fühlen kann, mir keine Sorgen zu machen brauche, wie wie eine Art zu Hause und gleichzeitig eine Verlängerung meiner Extremitäten, in denen ich spüren kann, was das Auto macht und das Vertrauen darin aufbauen kann, dass das Auto jederzeit das macht, was ich will. Einer der Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass das beim Alpina B3 nicht klappt, ist zum Beispiel das Automatikgetriebe. Und ich möchte auf keinen Fall in die negative Stimmung mit einstimmen, die über viele 90er Jahre Automatikgetriebe gemacht wird, denn meiner Meinung ist dieses 5-Stufen-Wandler-Automatikgetriebe mit der Alpina-eigenen Software eine der besten Kombinationen, die man in einem Automatikauto der 90er Jahre kaufen kann. Gerade in Verbindung mit den Schaltwippen am Lenkrad, die so ein kleiner Kick sind für den inneren Michael Schumacher, ist das eine wirklich, wirklich tolle Sache. Es ist trotzdem insgesamt eine Kombination, die den Fahrgenussfaktor verglichen zum Beispiel mit meinem 328, zum Beispiel verglichen mit meinem 540i, irgendwie nicht erreicht. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass der BMW E46 allgemein selbst als so besonderes Fahrzeug wie hier im B3 irgendwo ein Mittler zwischen den Welten ist. Der E36 ist das oldschooliger fahrende Auto. Er ist direkter, erst irgendwie origineller. Ihr fühlt euch ein bisschen direkter mit dem Auto verbunden und auf eine gewisse Art und Weise ist er mehr Fahrmaschine, auch wenn er nicht unbedingt schneller ist. Aber das ganze Erleben ist noch ein bisschen rustikaler. Der Nachfolger E90 wiederum ist deutlich dynamischer, deutlich agiler und eine fantastische Lenkung. Er hängt gerade mit den Saugrohr einspritzenden Motoren, den letzten ihrer Art, hängt er noch besser am Gas. Der E46 ist ein Zwischending. Er ist derjenige, der alles gut kann und irgendwie nichts perfekt. Eben der Mittler zwischen den Welten, der seinerzeit versucht hat, ein bisschen kleiner Fünfer zu sein, versucht hat, komfortabler zu sein, was im Vergleich zum Vorgänger geklappt hat, aber im Vergleich zum Fünfer halt irgendwie nicht, weil er eben doch ein Dreier ist. Dieser Kompromiss von einem Hersteller, der wirklich, wirklich gute Kompromisse macht, der Autos baut, die gleichzeitig dynamisch und komfortabel sein können, der ist auf hohem Niveau nicht ganz so gut gelungen wie bei anderen Autos. Und nach meinem persönlichen Erleben eben auch bei anderen Autos in meinem Fuhrpark. Und wenn ich die Wahl habe, mein 328i zu fahren, mein 45i zu fahren, mein Alpina B3 zu fahren, so habe ich über viele Tage und Wochen hinweg festgestellt, dass die Liebe beim Fahren, die Vorfreude, der Genuss, das Fahrerleben, das Ankommen zu Hause in einem zweiten Wohnzimmer beim Alpina B3 am kleinsten ausfällt. Es ist Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Es ist eine Luxussituation, diese Vergleiche haben zu können und diese Abwägung haben zu können. Und es hat nichts mit meiner persönlichen Sympathie für meinen Alpina B3 zu tun und ich bin ununfassbar dankbar, dass ich diese Geschichte, dieses Kapitel mit dem Auto schreiben durfte und jetzt zu Ende schreiben darf. Und ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön geht an meinen guten Freund Matthias raus, der den Tipp gegeben hat, dass ich mir dieses Auto kaufe. Es ist, du hast dafür gesorgt, dass ich zwei Sommer lang jedes Mal beim B3 fahren Genuss empfinde und hast meine Welt um unfassbar schöne Momente und unfassbar schöne Erinnerungen mit diesem Auto bereichert. Aber wie sagt man so schön, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei und ich habe das Gefühl in meinem Herzen und ich habe mir das oft und lange und reiflich überlegt, ich habe das Gefühl, dass ich meine Geschichte mit dem Alpina B3 geschrieben habe. Und dass es irgendwie nicht fair wäre, ihn jetzt weiter zu behalten. Warum wäre es fair, das Auto zu behalten, wenn ich nicht diese Liebe beim Fahren empfinde, wie bei anderen Autos? Wäre doch irgendwie schade. Ich möchte, dass der Alpina in Hände kommt, die genau diese Liebe empfinden. Ich möchte, dass der Alpina zu jemandem kommt, der die gleichen Schmetterlinge im Bauch hat, die gleiche Liebe empfindet, jedes Mal, wenn er das Auto aufschließt, wie ich sie zum Beispiel bei meinem Honda CX empfinde. Deswegen ist mir das auch wurscht, ob ich beim Verkauf 100 Mark mehr oder weniger bekomme. Solange ich merke, da ist jemand, der hat genau diese Liebe für das Auto. Ich wünsche dem Auto das, weil es ein tolles Auto ist, weil es toll fährt, trotz der Sachen, die ich zu meckern habe, denn wie gesagt, das ist alles auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Und so lautet mein Fazit zum Alpina B3. Hier fährt immer noch ein fantastischer Kompromiss zwischen Dynamik und Komfort. Hier fährt gerade mit der Wandlerautomatik ein Auto, was auf der Autobahn zu Hause ist oder auf kurvigen Landstraßen, was wirklich viel Spaß machen kann, was toll aussieht und toll klingt. Womit meine Geschichte, aber abgeschlossen ist. Deshalb werde ich bei Gelegenheit sagen, goodbye, es war toll und vielen Dank. Und ich genieße jetzt noch die letzten oder vorletzten Kilometer oder vielleicht gönne ich mir auch einfach nochmal einen Ausflug mit meinem B3. Solange wie ich es noch kann, weil es ja immer noch schön ist, weil es immer noch Spaß macht, in den manuellen Modus zu schalten, runter zu schalten, Gas zu geben. Weil es jedes Mal immer noch das Grinsen aus Gesicht treibt. Klar. Aber ich werde auch damit leben können, wenn der Alpina in jene wertschätzenden Hände geht, die ich mir für ihn vorstelle und die er sich verdient hat. Und wenn das nicht heute und morgen ist, sondern erst ein paar Wochen weiter. Das ist okay für mich. Ich werde ihn definitiv nicht an den erstbesten Heinz abgeben, der fragt, was letzte Preis, weil das hat er nicht verdient. Schreibt mal drunter, ob ihr so eine ähnliche Geschichte schon mal gehabt habt mit einem Auto, womit ihr tolle Momente hattet und dann aber irgendwann das Gefühl, okay, das war's jetzt. Das Kapitel ist geschrieben. Es ist ein tolles Kapitel. Es ist eins, was man immer wieder gern mal durchblättert. Aber der Buchdeckel senkt sich und das Buch wird geschlossen. Ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem an diesem Kanal dran bleibt, wenn ihr trotzdem den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, damit ihr eine Info kriegt, wenn es hier mit den anderen Projekten weitergeht oder mit den anderen Geschichten, mit meinen Geschichten zu den Autos oder mit euren Geschichten, die ihr mir so gern erzählt und die ich immer wieder gern höre und hier auf dem Kanal Revue passieren lasse. Bis dahin wünsche ich euch allzeit gute Fahrt. Danke fürs Zuschauen in diesem eher ernsten Video. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!